Wasserstoff-Highlife gab es am Campus Göppingen und bei IONTRACK in Zell am Eichelberg. Zahlreiche Gäste aus Forschung und Politik informierten sich über die neuesten Entwicklungen. Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge machten das Ganze anschaulich. Mit dem Wasserstoffbus der SSB ging es dann zur Highlife-Party. Gemütliches Essen vom Grill, Livemusik und ein Dia-Vortrag von der Rallye Dakar rundeten den abwechslungsreichen Event ab. Gemütliches Essen vom Grill. 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 Untertitelung des ZDF, 2020